Ja, grüß Gott, mein Name ist Denkler, jetzt sehe ich, ich rufe an wegen so einem Radartermin, Geschwindigkeitsmessung, kann man den bei Ihnen ausmachen? Aha, wo denn? Ja, das ist so, ich bin also letztes Wochenende auf meiner Lieblingssteche, also da bin ich schon öfters gefahren, so zwischen Biberach und Schussenried auf dem Motorrad. Da bin ich über 150 gefahren, also ehrlich, mindestens, und habe da noch nie einen Straftitel gekriegt. Ja? Und jetzt wollte ich mir anfragen, das kann erstens gar nicht sein, und ob man da nicht irgendwie einen Termin ausmachen kann. Aha, haben Sie ja Aktenzeichen oder irgendwas von uns? Nee, ich habe noch nie was gekriegt. Ja, und jetzt haben Sie was bekommen, oder? Nein, eben nicht, ich möchte ja, wissen Sie, es geht um eine Wette. Ich habe da gewettet mit ein paar Kumpels, dass ich da ein Foto bringe, wo ich mit dem Motorrad über 150 fahre, und da habe auf meinem Helm auch so eine Hirschgewalt draufgeschraubt. Aha. Und ich brauche halt das Foto. Ach so. Und deswegen rufe ich an, ob man da nicht einen Termin ausmachen könnte, dass ich dann weiß, wann Sie da stehen, dann kann ich da mal durchbrechen, und dann habe ich mein Foto, verstehe ich es? Ja, und wenn Sie Pech haben, dann haben Sie auch den Führerschein weg. Wissen Sie, geht es um eine Wette um 1000 Euro? Gut, bloß, das geht nicht. Ja, und Sie können mir nicht wenigstens so einen Strafzettel ausstellen? Nee, das kann ich nicht machen. Ach komm, sein Sie halt nicht so. Nein, das geht nicht. Jetzt seid Sie doch sonst nicht so mit dem Strafzettel ausstellen. Nee, aber das geht nicht. Dann soll ich Ihnen mal die Telefonnummer mal geben? Keine, wirklich kein Tipp, es trinkt nichts. Okay, dann vielen Dank. Ja? Hören Sie immer den Radarfunk im Radio? Immer wieder, ja? Die Sonne ist nämlich im Radio, hier ist Radio 7, der Telefonnummer.